Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen. Es ist endlich wieder soweit. Ich werde immer genervt in meinen Insta-DMs. Wir gucken heute wieder Bob Brickman. Wir gucken sogar heute eine Doppelfolge. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Der Mann baut seine Lego-Stadt weiter. Let's go. Herzlich willkommen zum 307. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt und damit endlich zurück beim Flughafen. Heute steht der lang erwartete Tower an, aber als allererstes starten wir mit dem Innenbereich des Terminals. Geil. Da fehlt ja noch jegliches Leben. Das heißt, wir müssen als allererstes mal noppenlos werden. Das mache ich in dem Fall mit diesen dreieckigen Teils. Es ist crazy bei Lego, dass diese Noppen ja basically das Main-Prinzip sind von Lego. Aber es gibt für mich nichts mehr Satisfiendes, als wenn so eine Lego-Fläche komplett glatt ist. Digga, das ist so ultra geil. Junge, das ist so... Man braucht so ein bisschen dieses Muster der Lego-Noppen zu brechen, was in dem Fall ganz vorteilhaft war. Das hier ist der Check-In-Bereich, wo man sein Flugticket zeigt und danach kann man dann das Flugzeug boarden. Boah, die Sitze hier, die Sitze sind ja auch crazy geworden. Holy... Ja, ich werde wieder komplett abkumen über alles, was der Mann macht. Alright, I'm sorry, aber das ist einfach geil. Das ist richtiges Männer-Hobby, was wir hier gucken. Gelegenheiten, hier auf der linken Seite könnt ihr das sehen, sind komplett selbst gebaut. Auch wenn die originalen Lego-Stühle wahrscheinlich eine Zeitersparnis gewesen wären, ist das so immer noch ein bisschen ein schönerer Effekt für die Innenräume. Das, was ich hier gerade einbaue, ist so eine Art Theke, wo man ein paar Snacks kaufen kann, Donuts, Muffins und so weiter. Da gibt es ja immer unzählige von an Flughäfen. Ich habe es auch geschafft, so ein bisschen mit Pflanzung mit reinzuschmuggeln, hier entlang der Säulen... Ja, da gibt es immer unzählige von und keins von denen ist günstig, Bro. Yo, hey, ich will nicht verdustern am Flughafen. Cool, mach dann 6,30 Euro für ein 0,5er-Wasser. Naja, gut. Naja, so eine Scheiße, Bro. Da möchte ich auch wirklich nochmal den Take sein, den ich letztens gesagt habe. Bruder, Wasser muss überall gleich gekosten. Egal, wo man ist. Alles andere kann wegen mir teurer werden. Aber Wasser muss überall gleich teuer sein. Aber das ist einfach wichtig, so ein bisschen was an Begrünung da drin zu haben, um das ein bisschen wohnlicher und freundlicher wirken zu lassen. Auf der einen Seite hier vorne könnt ihr so eine zweite Theke sehen, wo einfach ein kleiner Kiosk ist. Auch das ist natürlich typisch. Da habe ich auch wieder diese Postkarten und Zeitungsständer ausgepackt, die ich ja schon an zwei Stellen in der Legostadt verbaut habe. Überall Figuren verteilt. Die Säulen schon vorbereitet für das Dach, was dann gleich wieder draufkommt. Womit wir jetzt dann im vorderen Bereich uns um den wichtigsten Part kümmern können. Und zwar der... Nein, Bruder, ich meine jetzt nicht im Sinne von, dass überall das 6,30 Euro kostet, Arschloch. Sondern, dass es vielleicht überall 2 Euro kostet. Oder 1,30 Euro oder so. Ich finde die... Bruder, Real Talk, Wasser 0,5, 1 Euro. Ist guter Preis. 1,50 wegen mir. Wasser 0,5, 1,50. Der ganze Security-Bereich fehlt ja aktuell noch. Als allererstes mal mit diesem Metalldetektor, wo man immer durchgehen muss. Ich habe übrigens hier... Sag das Nestle. ...so Sticker seht, von den alten Flughafensets. So ein bisschen was recycelt, weil das natürlich hier perfekt reingepasst hat. Und neben diesem Metalldetektor, wo man durchläuft, da ist immer das Förderband, wo dann das Gepäck, das Handgepäck in dem Fall, gescannt wird. Das habe ich hier dann so gebaut, dass es über eine Jumperplate fixiert ist. Das ist der Monitor, wo angezeigt wird, was sich dann im jeweiligen Koffer befindet. Und dann sitzt da natürlich noch ein Flughafenmitarbeiter. Alter, oh mein Gott. Immer wenn wir diese Videos gucken, dann fällt mir auf, was für geile... Was für geile Blöcke oder wie sagt man das? Lego-Stein... Lego-Stein es gibt. Bruder, dieser Stein, wo der hier drauf sitzt, wo man so ein Kreisding drin hatte. Oh mein Gott. Der war auch so geil. Der das Ganze kontrolliert, dass... Oh mein Gott, Bro. Der und die Kette. Holy shit. Da wird dann nicht irgendwelche gefährlichen Gegenstände mit reingeschmuggelt werden. So ein geiles... So ein geiles... So ein geiles Metalldetektor. Und da natürlich das obligatorische Handgepäck, was dann einmal da durchfährt und auf der Rückseite gegebenenfalls aufgemacht werden muss. Dann für das größere Gepäck müssen wir natürlich noch die Gepäckabgabe bauen. Das war jetzt bautechnisch wieder so eine Kleinigkeit, wo man sich austoben konnte. Also genau das, was ich am Ende des Tages immer liebe. Da könnt ihr sehen, dass es aufgebockt ist. Mit einmal Einsatzslopes, wodurch ein leichter Winkel entsteht. Die Stühle werden übrigens hier auf diesen zwei mittleren Noppen von der 2x3er Plate fixiert. Natürlich zweimal nebeneinander. Da fährt das Gepäck dann nach hinten und dann zur Seite weg, wo das dann wiederum hier in so einer Art Aufzugsschacht verschwindet, wo das dann unterirdisch rüber gefördert wird. Da hinten ist natürlich noch eine Anzeige zu finden, wann welche Flüge ankommen bzw. wegfliegen und nochmal eine Markierung, dass man da seine Koffer abgibt. Digga, no joke, Bro baut so 4 Stunden alleine an diesem Ding wahrscheinlich. Okay, 4 Stunden ist ein bisschen wild. Aber sagen wir 2 Stunden und sagt dann so, wirklich alles nur, damit er das dann da drin hat und damit er im Video für 2 Sekunden sagt, da hinterher kommt natürlich noch eine Anzeige. Pullt dann so ein Ding ab, was er 2 Stunden gebaut hat. Bro, das ist verrückt. Es ist verrückt, wie viel Zeit in diese Videos fließt, Bro. Das ist krass. Wir gucken 2 Minuten 40 und ich will nicht wissen, wie lange der jetzt gerade in Realtime dafür gebraucht hat. Vorne, da wird ja mal der Koffer gewogen und was passiert jetzt, wenn der Koffer zu schwer ist? Richtig, das wäre natürlich eine verpasste Möglichkeit, wenn ich hier nicht einbauen würde, wie gerade ein Kollege seine Jacken und Hosen auspackt, die er sich doppelt anziehen kann, um ein bisschen Gewicht zu sparen im Koffer, damit er nicht draufzahlen muss bzw. das überhaupt nicht. Warte, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Digga, hier wurde ein Mensch, hier ist eine Leiche in 2 Stücken geteilt, Bro. Was ist das? Nehmen kann. Da kommt natürlich noch einiges dahingehend im Innenraum. Das macht gar keinen Sinn, Bro. Wie in Gottes Namen wird man diese Hose in diesen Mini-Koffer da reinbekommen? ...des Terminals. Aber wichtig ist, dass er jetzt zum ersten Mal so ein bisschen mit Leben befüllt ist. Das sind die Klamotten. Wir machen weiter im Außenbereich, wo jetzt der Tower hinkommt. Und das hier ist schon mal ein sehr abenteuerlich aussehendes Klett von... Ne, das werde ich auch direkt reinschreiben. Sehr geiles Video. Bis auf die Klamotten am Gepäckschalter. Das geht gar nicht. ...diesem Tower. No hate. No hate. Stark. Da habe ich immer im richtigen... Mach's besser? Bro, kann ich nicht. Nicht mal ansatzweise. Ich kenne gar nichts davon. ...abstand diese Eckbrick Modifies vorbereitet, dass ich darauf dann diese Curved Slopes aufbauen kann. ...womit man dann wiederum, wenn man das jetzt auf allen vier Seiten fixiert, so eine Art Rundung erschafft. Natürlich ist da immer ein kleiner Übergang zu sehen, ganz klar. Aber das Ding ist so solide mit dieser Bautechnik, weil das in alle Richtungen natürlich mit Noppen verbunden ist. Das kriegt man nicht mehr auseinander. Also eine ganz, ganz solide Grundlage für das, was jetzt oben drauf kommt. Und das habe ich hier gerade... Bob Brickman am Walden. ...in der Hand. Da habe ich unten diese Rundung gebaut und dann eine große Querstange, weil die jetzt nämlich, ihr könnt das gerade sehen, mittig drauf gesetzt wird auf den Sockel und auf diese Säule sozusagen, die wir gerade vorbereitet haben. Das ist auch übergeil. Im Tower habe ich jetzt so viele Monitore untergebracht, wie es irgendwie ging. Von dort wird natürlich das ganze Geschehen überwacht. Du bist ein richtiger Playmobil-User. Bro, Real Talk, das gibt einen einwöchigen Timeout. Bro, davor hat er geschrieben, schöne Ideen, aber mein Vorschlag, kauf dir einen 3D-Drucker. Jo, perfekt. Übelst geil, Digga. Einfach mit 3D-Drucker. Einfach alle drucken. Jo, übergeil. Guck mal, das Ding ist, wenn man alle Möglichkeiten hat, man kann alles herstellen, was man ja mit einem 3D-Drucker fast kann, dann ist es nicht so schwer, alles herzustellen. Aber mit begrenzten Mitteln, wie zum Beispiel einer begrenzten Auswahl, einen Legostein, alles herzustellen, das ist dann Kunst. Denk drüber nach. Die beste Kunst entsteht dann, wenn man eingeschränkt ist. Natürlich, der Flugradar oder was auch immer, das ist dieses drehende Teil, was man eigentlich immer... Also nicht im Sinne jetzt von körperlich eingeschränkt oder geistig, sondern von den Mitteln her. Ihr redet schon. ...obendrauf findet. Dann müssen wir weitermachen mit dem nächsten wichtigen Part, insbesondere für den Nachtbetrieb. Das sind natürlich die Fluglichtanlagen. Die Farnbilderwände. Und da habe ich jetzt extra diese runden, hohlen 1x1er verwendet, weil man da die Kabel dann gut durch verlegen kann. Auch wenn es vielleicht andere Bautechniken gegeben hätte, mit denen das noch ein bisschen glatter aussieht. So kann man, wie gesagt, die Kabel durchführen. Und die habe ich dann alle außenrum verteilt, allerdings auch manchmal mitten reingesetzt. Das wird so geil aussehen, wenn sein Kollege da oder sein Bruder oder wer das immer macht, ich glaube sein Bruder, da die das austauscht mit Licht. Und dann sind da hier so echte Lichtstrahler, die hier so drauf leuchten. ... die Flächen, wo das gerade gepasst hat, wo dann auch nicht irgendwelche Flugzeugparkplätze blockiert werden, selbstverständlich. Und das wird dann langfristig so beleuchtet, wie diese kleinen Flutlichtstrahler. Ein Basketballplatz mit wahrscheinlich genau dem gleichen Licht. Und jetzt stellt euch mal diese Beleuchtung vor auf dem riesigen Flughafengelände. Ich glaube, das wird dann schon einen ganz guten Effekt haben. Ich glaube, ich muss gar nicht erzählen, was das hier als nächstes ist. Das ist natürlich der Treppenwagen, womit man dann aus dem Flugzeug raussteigen kann. Das ist so geil. Das sieht auch so... Ich weiß nicht, warum ich das so geil... Wir haben ja nicht diese andockbaren Gates auf unserem kleineren Flughafen, sondern eben solche Treppenwegen. Und den habe ich auf vier Noppen gebaut, was wirklich eine Challenge war, dass man da alle Details drauf bekommt. Ultranais. Aber das war total wichtig, weil ja alles ein bisschen runtergeschraubt ist im Maßstab beim Flughafen, weil der sonst viel zu groß wäre. Und die Flugzeugtüren sind natürlich auch zu öffnen. Ihr werdet es euch denken können. Natürlich sind die Treppenwegen angepasst an die exakte Höhe des Flugzeugs, sodass man da dann auch aussteigen kann. Alle Mitarbeiter am Flughafengelände außerhalb haben natürlich solche orangenen Westen an. Und die leiten dann alle aussteigenden Fluggäste rüber ins Terminal, wo die dann ihr Gepäck wieder abholen können und dann in den Zug umsteigen. Das werden wir natürlich auch noch alles bauen. Nächster Wagen, der nicht fehlt. Die waren viel zu glücklich dafür, dass sie wahrscheinlich gerade einen entspannten Inlandsflug genommen haben von irgendwie München nach Köln oder so. Bei Real Talk, da sitzt du immer wie der letzte Hurensohn drin. Und da, boah, ich sag's euch. Und es ist immer schlechte Luft. Das Ding ist jetzt bautechnisch auch nicht leicht gewesen. Das könnt ihr sehen, ist alles auf Jumperplates gebaut, weil ich das nämlich auf fünf Noppenbreite bauen wollte, weil wirklich jegliche Breite zählt, dass ich den Maßstab nicht sprengen. Das hier ist, ihr werdet es wahrscheinlich erkennen, der Wagen, mit dem das Gepäck beladen und entladen wird. Also dieses Förderband, was dann hochfährt sozusagen zum Laderaum des Flugzeugs. Bro, das sind Lego-Figuren. Ja, ist trotzdem nicht realistisch genug für mich. Passt auch gerade und gerade so eine Minifigur drauf. Das ist wie gesagt dieser Maßstab, von dem ich geredet habe. Aber es ist dann schon sehr sportlich mit den Minifiguren. Muss man auch zugeben. Wir machen weiter mit, ja jetzt einem etwas leidigerem Thema. Die Bepflanzung natürlich darf auch mal wieder nicht fehlen. Ich glaube, da haben wir mal wieder einiges zu diskutieren in dieser Abteilung. Ich muss kurz mir ein Wasser holen. Cliffhacker. Ich bin wieder da. Update-Folge. Ich habe jetzt mal in diesem Fall diese Bärenkrallen, die ich euch das letzte Mal gezeigt habe, vorbereitet. Und damit mal alles ausgepflastert sozusagen gemischt mit den dunkelgrünen, etwas höheren Grasbüscheln, um zu schauen, ob uns das gefällt. Weil nämlich, das was ihr gesagt hattet, die Optik davon war, dass die Turbinen das Gras ein bisschen platt gedrückt haben. Und das fand ich schon eine ganz gute Begründung für diese Bärenkrallen als Teileverwendung. Da natürlich ein Rasenmäher, der das ganze Gras noch abmeht. Aber hier kriegt man jetzt das erste Mal einen Eindruck davon, wie das auf einer größeren Fläche aussieht. Ich bin nicht abgeneigt davon, das so zu lassen. Gerade auch dadurch, weil das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, wie wir hier halbwegs kosteneffizient die Fläche bedecken können. Ich finde das Gras leider immer noch ein bisschen wack. Und jetzt würde ich sagen, mit dem Innenraum des Terminals, wenn ihr aufgepasst habt, da fehlt ja noch was, schauen wir uns das mal vor Ort an. Und für den weiteren Innenbereich des Terminals habe ich mir jetzt folgendes überlegt. Und zwar endet der hier hinten ja aktuell noch im Querschnitt. Und da wird dann der Eingangsbereich mit so einem kleinen Anbau noch ein Stück weit erweitert, dass man hier mehr Platz in dem Security-Bereich hat. Und dann ist ja aktuell noch der Punkt, dass das eigentlich nur der Departure-Part ist des Terminals. Das heißt, es fehlt noch der ganze Bereich, wo man ankommt, landet, sein Gepäck abholen kann und so weiter. Jetzt wäre da folgender Plan. Aktuell ist ja geplant, dass der Flughafen irgendwann rauskommt aus der Stadt, sobald wir den ganzen Sektor hier fertig gebaut haben. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Und wenn das dann der Fall ist, wird der Flughafen als eigenes Projekt in der Größe nochmal verdoppelt. Und dann möchte ich auch das Terminal verdoppeln. Das heißt, hier außen kommt nochmal so eine Fassade hin. Und dann können wir hier in diesem Bereich wiederum den ganzen Arrival-Part reinbauen sozusagen. Ah, geil, dass er nochmal eingeblendet hat. Das hätte ich mir sonst gar nicht vorstellen können. Wo man sein Gepäck dann abholen kann und so weiter und so fort. Und wenn ich dann jetzt fürs Erste nochmal in die Besucherperspektive wechsle, dann kann man jetzt sehen, wie wichtig dieser Innenraum ist. Weil selbst ohne Beleuchtung ist jetzt endlich mal was zu erkennen. Ich habe jetzt keine zweite Schicht eingezogen, weil das war ja eine Überlegung, ob man vielleicht noch eine zweite Etage innen einzieht. Dann wäre mir alles zu eng geworden. Ich halte das lieber ein bisschen luftiger, sodass man auch den Innenbereich richtig gut erkennen kann. Ja, finde ich geil. Ich glaube, hätte da jetzt noch so eine Schicht dazwischen geballert. I don't know, man. Beleuchtung folgt noch und dann wird man natürlich auch jegliche kleine Details perfekt erkennen können. Als nächste Schritte beim Flughafen, abgesehen davon, dass hier natürlich noch einiges passieren muss mit kleinen Privatflugzeugen, weiteren Maschinen, die unterwegs sind, Tankwagen und was weiß ich, was noch alles dazu gehört. Pass mal auf, hier habe ich noch ein kleines strukturelles Problem. Und zwar muss ich den Flughafen neu ausrichten. Das war mir klar, dass das passiert, weil ich muss ja noch die Stadt mit dem Flughafen, wie gesagt, zusammenfügen. Das heißt aber, ich muss den ganzen Bereich irgendwie verschieben, ohne dass mir irgendwas zu Brüche geht. Das würde noch ein lustiges Unterfangen werden. Aber... Ja, ja. Was soll da schon schief gehen, wa? Dahin würde ich jetzt erstmal sagen, gibt es nochmal ein Vorher-Nachher-Bild. Zumindest vom Innenraum des Terminals, das kann ich heute ja mal machen. Das hier ist die Überblendung. Auf, danach. Wenn da Beleuchtung drin ist, wird das natürlich nochmal einen besseren Effekt haben. Und damit würde ich jetzt sagen, hätten wir das Ende vom Video erreicht. Ich hoffe natürlich... Es fühlt sich an, als hätte er gar nicht so crazy viel gemacht in diesem Video. Aber ich glaube, dass gerade so diese kleinen Arbeit, die er hier gemacht hat, auch die Autos und so, das hat schon krass lange gedauert. Aber sehr, sehr geiles Video. Kommen wir zum zweiten direkt. Back to back. Das nächste Video heißt, teure Materialschlacht. Lego-Fabrik ausgeräumt. Bau einer Lego-Stadt. Herzlich Willkommen. 308. Zum 308. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Es wurde mal wieder ordentlich in der Fabrik nachgefüllt. Nicht nur von dort kommt der Refill, sondern säckeweise sind hier in den letzten Tagen grüne Steine für die Hügellandschaft angekommen. Das hier war ja bis jetzt... 40.000 Euro da. ...der Rest. Und das hier ist allein an 2x4 an der Nachschub. Also wenn ihr jetzt auf Bricklink da nichts mehr findet, nehme ich in dem Fall die Schuld ausnahmsweise auf mich. Aber das heißt, wir können jetzt natürlich erstmal die lästige Arbeit abhaken, bevor es dann zur Detailarbeit geht für die heutige Update-Folge. Ich habe jetzt hier oben die Grundkonstruktion für die Hügellandschaft erstmal mit diesen großen 16er Technik-Bricks gebaut. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Die haben auch noch den Vorteil, dass man die gegenseitig mit kleinen Technik-Pins verbinden kann, wodurch man natürlich hier eine riesige Fläche schaffen kann. Zeige ich euch gleich. Die gegenseitig verstrebt und die dann wiederum aufbocken kann auf 4 großen Stützpfeilern, wie ich es hier gebaut habe. Das sind alles 2x8er übereinander gestapelt, wo dann eine mehrschichtige Technik-Konstruktion draufkommt. Und das Ding ist so groß wie eine große graue Baseplate in dem Fall. Also wirklich so, dass wir jetzt mal eine ordentliche Fläche aufgebockt haben. Nebenan habe ich noch Stufen gemacht. Das als Grundlage, wie gesagt, verwendet und darüber dann die ganzen 2x4er gebaut. Im hinteren Bereich... Digga, es ist genau wie in dem letzten Video. Digga, Bro pullt wieder ab. Er macht so einen Cut und er pullt mit so einem 4 Stunden gebauten Ding wieder ab. Da habe ich jetzt noch eine größere Unterkonstruktion gebaut. Holy shit. Hat den Vorteil, dass dann der Zug da ohne weiteres drunter langfahren kann. Natürlich habe ich diesmal auf die Modulgrenze geachtet, dass man das dann abnehmen kann. Hat ja auch wieder so seine Vorteile in dem Fall. Zeige ich euch am Ende auch noch, wie das dann auseinandergenommen aussieht. Alles überbaut. Teilweise modular. Teilweise nicht modular. Ihr kennt euch aus. Dann das Problem, dass natürlich diese Stufenlandschaft drin war. Und jetzt ist wirklich das die einzige Aufgabe, die noch lästiger ist, als dieses Aufbocken von 2x4ern, das Aufhüllen der Kanten. Habe ich euch mal alles erspart. Das war wirklich stundenweise Arbeit, die da reingegangen ist. Und jetzt geht es los mit der ersten Teilarbeit. Und zwar könnt ihr euch vielleicht noch an diese Unterkonstruktion erinnern, die ich vor drei Jahren schon mal verwendet habe. Das hier ist nämlich die Basiskonstruktion für die Weinstöcke, die jetzt wieder auf diesen Hügel drauf kommen. Das war der Top-Kommentar unter dem vorletzten Stadt-Update, wo wir hier weitergebaut haben. Und damit habe ich dann jetzt, wie gesagt, hier diese Weinberge angedeutet. Zumindest auf der Innenseite zum Dorf runter wird jetzt dieser Hügel genutzt, um Wein anzubauen. Das passt dann auch optisch, glaube ich, sehr gut mit der zukünftigen Burg, die oben drüber kommt. Okay, das triggert mich, dass der Bruder nicht hier auf einer... Also sein Ding ist beides in der Luft. Natürlich ein bisschen Storytelling zwischendrin darf nicht fehlen. Und zwar wird hier gerade abgeerntet, was natürlich auch heißt. Schreibe ich auch nochmal. Geiles Video, aber der eine Mann beim Wein bitte so hinstellen, dass beide Beine auf dem Boden sind. Das im vorderen Bereich noch genug Weintrauben zu finden sind. Außenrum, den Part überspringen wir mal wieder ganz schnell, habe ich die ganze Restbepflanzung gemacht. Gerade im Hintergrund ist das ja auch nicht super auffällig mit der Detailarbeit. Und dann musste ich auch in diesem Fall wieder den neu dazugewonnenen Teil der Lego-Stadt mit dem alten verbinden. Und ich sage es euch, wie es ist, ich zeige jetzt jedes Mal, wie ich mit dem Staubsauger die Landschaft reinige, bis diese Frage aufhört, in den Kommentaren aufzuploppen, wie ich das denn reinigen würde. Aber jetzt, um zum Thema wieder zurückzukommen, diese neu dazugewonnene Fläche, die wird jetzt genutzt für ein fettes Dorffest. Ich habe ursprünglich mit einer Grillerei gestartet, deshalb auch hier dieser klappbare Grill. Das reicht natürlich längst nicht für das ganze Dorf, deshalb kommt dann noch ein zweiter daneben. Köche sind natürlich auch da. Dann ein fetter Truthahn, der in der Mitte ist. Und wie es bei so einem schönen Dorffest üblich ist, darf natürlich die Live-Musik nicht fehlen. Und deshalb ist eine etwas außergewöhnliche Band, ein Bass und zwei Saxophone, das ist das, was ich an Instrumenten aktuell noch da hatte. Aber ich denke, das passt schon hier für den Zweck ganz gut. Und dann natürlich... Ich finde, für ein Dorffest ist da bis jetzt ein bisschen wenig Bier. Ich glaube, da so die dreifache Menge, dann ist es eigentlich ein Dorffest. Die Bierbänke auf diese gepflasterte Fläche, womit jetzt auch endlich mal ein bisschen was... Ah, okay, never mind. ...an Leben reinkommt, frisch gezapftes Bier, Bierfässer. Der Bruder war schon mal auf einem Dorffest. So alles, was dazugehört zu so einem ordentlichen Dorffest. Und dann war grad und grad auch noch der restliche Platz da, um diesen Baum wieder zurückzustellen. Der passt da ja. Boah, Digga, Alter, der Baum ist auch richtig geil mit dieser Bank. What the fuck? Doch, tatsächlich ganz gut hin, weil das sonst noch zu große graue Fläche ist. Sieht tatsächlich schon ganz gemütlich aus da, womit wir jetzt weitermachen können mit der besten Idee, die ich seit langer Zeit hatte. Und zwar haben wir super spontan beim letzten Öffnungstag... Bro, ganze Dorf sind drei Leute. Naja, also ich meine, kommt aus Dorf an, ne? ...ein Community-Event gemacht. Und dann sind in vier Stunden über 50 Bäume dazugekommen. Hätte ich natürlich nicht alleine bauen können. Deshalb hat er die ganze Community mitgebaut. Und diese Bäume sind jetzt gedacht für den Hang über der Tunneleinfahrt, wo dann eben die Burg oben draufkommt. Ich kann euch gar nicht in Stunden sagen, wie viel ich alleine dafür gebraucht hätte. Aber jeder hat Spaß gehabt, Bäume für die Stadt zu bauen. Ich hab Spaß gehabt, dass ich mir einen Haufen Zeit spare. Und natürlich, vielleicht machen wir noch einen Mischwald draus. Das müssen wir mal schauen. Ey, wie geil. Hat der dann einfach so Leute eingeladen? Oder was hat der da gemacht? Wahrscheinlich, oder? Die sind einfach vorbeigekommen und dann haben die da zusammen Lego-Bäume gebaut für sein Museum, Bro. Der ist ja so smart. Und er hat die wahrscheinlich nicht mehr gepayt. Genial. Das ist quasi wie die Mods in meinem Channel. Danke, Jungs und Mädels. Aber ich denke, sowas kann man mit Sicherheit öfter machen. Gerade bei so monotonen Arbeiten, dass da dann Community-Events draus werden. Dann im Hintergrund hat Martin noch schnell die letzten Lücken mit der Bepflanzung abgeschlossen. Wie das hier zwischen den Bäumen aussieht, das weiß ich aktuell noch nicht. Kann gut sein. Ja, auch so ein paar kleine Pflanzen, oder? Nicht so viele, aber ein paar. Dass wir da irgendwas noch reinsetzen auf dem Boden. Und vorne an die Lücken hier zwischen den Gleisen. Das ist auch geil. Natürlich auch noch gefüllt. Ich rede mit ihm, als könnte er mich so hören. Ja, ist doch mega nice. Ich antworte ihm so, Bro. Die Zugfahrt sieht jetzt aktuell so aus, dass der Zug hier im Tunnel verschwindet. Und auf der Innenseite ist jetzt ja endlos viel Platz. Da können wir wahrscheinlich noch ein zweites Gleis daneben liegen. So viel Platz ist da. Das ist wirklich die beste Bautechnik für Hügel und Modular. Das ist ja das, was ich am Anfang schon angesprochen hatte. Wir können hier diese Riesensegmente alle einzeln rausnehmen. Und dann damit zum Arbeitsplatz gehen. Dort ganz in Ruhe die Burg bauen. Ich denke, das ist wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Bro, es ist so ungewohnt, dass er sich jetzt zeigt. Er hat sich irgendwie so vor drei, vier Folgen gezeigt. Auf einmal läuft er hier so im Video ab und zu mal rum. Das ist crazy. No joke. Vom Typ Mensch ist er so Cars Crafter mäßig. Die komplette Burg da irgendwie, während ich mich rüberbeuge, über die Stadt baue. Das ist nur der Teil eins des heutigen Videos. Ihr habt es ja im Intro schon gesehen. Ich war in der Fabrik und ich habe es noch nie besser getimt. Da war nichts los. Ich sage euch, absolut genial. Und irgendeine Legende hat auch so eine Schaufel da reingelegt. Was natürlich in meinem Fall zu einer etwas höheren Rechnung gefüllt hat. Weil das Abpacken... Digga, aber wie groß... Oh, holy shit, Junge. Da einkaufen gehen. Junge, stell dir vor, du gehst da einkaufen, aber mit einem Budget von so 5.000 Euro, weil du es for living machst. Boah, Digga, holy shit. Männerparadies, ja, ja. Digga, krass. Auch nie besser getimt. Da war nichts los. Ich sage euch, absolut genial. Und irgendeine Legende hat auch so eine Schaufel da reingelegt. Was natürlich in meinem Fall zu einer etwas höheren Rechnung gefüllt hat. Weil das Abpacken und Einfüllen der Lego-Teile diesmal in einem noch zügigeren Tempo als sonst ging. Es war in dem Fall auch tatsächlich so, dass wir vor allem diese Basic-Steine nachgekauft haben. Also nicht allzu viel Spannendes, die wir dann brauchen für Grundkonstruktionen, Burgen und so weiter. Aber es gab da auch einen Haufen bedruckter Hunderter-Scheine, was natürlich für die Mafia-Geschichte und die Geldfälscher-Story wichtig ist. Ihr wisst ja Bescheid. Digga, damit wird erst mal den Restaurants bezahlt. Und auch wenn es schon mal ausführlichere Ausbeuten gab, sind dann doch drei prall gefüllte Legoland-Säcke am Ende des Tages zustande gekommen. Es war jetzt in dem Fall eine Rechnung von 2.500 plus Brickling-Zeug, was dann gleich noch dazu kommt. Das werde ich euch gleich auch noch im Schnelldurchlauf zeigen, weil nämlich damit, und da warten ja alle von euch drauf, endlich die restlichen Teile für das Getreidefeld. Da wären zum einen für die Limp-Elemente im Untergrund, aber vor allem auch diese Technik-Pins für oben drauf und dann in dem Fall Brickling und Pick-a-Brick war das die ganzen restlichen Pins und Stängel. Ich glaube, Bob Brickman hat man schon öfter bei Brickstory gesehen. Der dokumentiert seinen Aufbau vom Legoladen und Bob hilft ihm, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber ich glaube noch nicht so lange, wie gesagt. Ich bin einfach mal sehr stark davon aus, dass das dann wirklich für diese gesamte Fläche bis hier hinten reicht. Wir sind ja da flexibel, was das angeht, wie weit wir rüber bauen. Ganz interessant sind diese Teile hier. Die habe ich jetzt dafür bestellt, dass man vielleicht so das abgemähte Getreidefeld darstellt. Deshalb, das sind ja wirklich nur noch solche Stoppeln hier mit so einem Dreieck drauf und ich glaube, das könnte ein ganz interessantes Teil sein. Ich meine, wir werden da noch wirklich ins Detail gehen, sobald wir das hier alles vollbauen. Nur so ein kleiner Mähdrescher wäre auch hart. Schon mal als Vorschau, weil ich ja weiß, dass einige von euch ständig nachfragen, was jetzt mit dem Getreidefeld Sache ist, das kommt. Was auch noch kommt, ist hier drüben der ganze Anbau, aber da weigere ich mich im Moment noch vor. Ich habe jetzt auch einen weiteren Plan dafür, was hier in diesem Bereich hinkommt. Und zwar möchte ich wahrscheinlich doch das Konzept ein bisschen umändern von diesem Bereich. Ich habe jetzt mal die Lego Modular Buildings hier vorübergehend hingestellt, einfach um den Größencheck zu haben im Vergleich zu diesem Hügel und vor allem aber auch zum Flughafen. Und dann sind Gebäude einfach zu groß. Hier wird wahrscheinlich irgendwas in Richtung Bauernhöfe hinkommen in der Area und danach hier drüben wird es langsam mit Industriegebiet starten. Aber das wäre jetzt zu viel Planerei. Das nur schon mal so vorweg, dass ich da aktuell ein bisschen umplane dann doch wieder. Äh, wait, was ist mit Johnny passiert? Alle schreiben 07 Johnny. Er wurde anscheinend von einem Bot fälschlicherweise gepärmerbannt. Warum? Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das, Chat? Porter Dings? Was ist das? Der Bot dachte, dass das eine Sehenswürdigkeit. Oh mein Gott. Er dachte, er hat die N-Bombe geschrieben. Free by man! Und zwar möchte ich wahrscheinlich doch das Konzept ein bisschen umändern von diesem Bereich. Ich habe jetzt mal die Lego Modular Buildings hier vorübergehend hingestellt. Einfach um den Größencheck zu haben im Vergleich zu diesem Hügel und vor allem aber auch zum Flughafen. Und dann sind Gebäude einfach zu groß. Hier wird wahrscheinlich irgendwas in Richtung Bauernhöfe hinkommen in der Area und danach hier drüben wird es langsam mit Industriegebiet starten. Aber das wäre jetzt zu viel Planerei. Das nur schon mal so vorweg, dass ich da aktuell ein bisschen umplane dann doch wieder. Was sich hingegen keineswegs ändert, ist, dass wir jetzt eigentlich bereit sind, mit den Grundrissen der Burg zu starten. Damn, das sieht so geil aus, Bro. Überlegt mal, letzte Folge, hier war alles nichts. Es ging nur bis hier, Bro. Das sieht so fresh aus, Alter. Das ist wirklich sehr gut umgesetzt, Junge. Ich finde die Bäume krass. Ich finde dieses Weinzeug hier krass. Das hier hinten sieht krass aus. Das Dorf ist hart. Übergeil. Ich glaube, Vorher-Nachher-Bild wird krass sein heute. Kombination natürlich mit dieser Rückseite vom Hügel. Ihr habt es schon gerade eben gemacht. Merkt den Tunneleingang nicht. Ich finde den Tunneleingang übelst geil. Nee, ich finde den geil. Das Einzige, was einen wirklich nervt, ist halt dieser eine Baum hier auf dem Stein. Der fuckt ehrlich ab. Ansonsten finde ich den übelst geil. Merkt, ich bin sehr motiviert, dann nochmal Stunden und eigentlich tagelang Hügel zu bauen. Aber jetzt bald ist es soweit. Wir können damit loslegen. Eine andere Sache noch. Und dazu gehe ich jetzt nochmal ans andere Ende der Lego-Stadt. Und zwar gibt es ja auch noch diesen Bereich, wo noch so eine kleine, unvollständige Lücke ist. Ah, hier eine kaputte Brücke. Das kennen wir doch aus Baltimore. Könnte jetzt sogar sein, dass wir diesen Anbau hier, wo ja noch so ein bis zwei Quadratmeter Fläche dazu kommt, der so ein bisschen in diesen Bereich reingeht, dass das deutlich zeitnäher passiert, als wir es gedacht haben. Um die Tram zu verlängern, weil wir ja aktuell auch dabei sind, hier die Tram zu automatisieren, dass die von alleine hin und her fährt. Das kommt auch noch auf uns zu. Und damit hätten wir dann ja doch wieder parallel dazu ein Stück Innenstadtbereich, wo wir auch weiterbauen können. Hey, wie Bob Brickman sagt, Storytelling. Er erzählt überall kleine Geschichten. Und das ist die kleine Geschichte auf der Brücke halt. Und jetzt haltet euch fest für das heutige Vorher-Nachhaben. Aber der ist nur gestolpert und hat sich, der ist nicht tot. Der hat nämlich gerade einfach nur einen Hexenschuss, aber der kann wieder behandelt werden. Und nach drei Wochen Physio ist der wieder auf den Beinen. Also das ist die Story, die da erzählt wird. Ich weiß, diese Update-Folgen, wo wir sehr viel Landschaftsbau bauen, sind immer total unzufriedenstellend für den Video-Output. Aber diese Überblendung, vorher auf nachher, hat mich gerade selbst ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, als ich das geschnitten habe. Was da eigentlich weitergegangen ist in der heutigen Up. Es gibt nur eine Sache, die mich da immer wieder abfuckt, Bro. Es ist nicht so, er muss irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwie möglich ist, aber er braucht irgendwie eine fixe Kamera, dass das genau an derselben Stelle ist, damit es nicht so wackelt. Dann wäre es noch ein Stück satisfierender. Also diese Überblendung. Schreib es noch ins Kommentar rein. Kann ich nicht, kann ich nicht. Muss einer von euch machen. Vorher auf nachher. Das geht nicht. Also hat mich gerade selbst ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, als ich das geschnitten habe, was da eigentlich weitergegangen ist in der heutigen Update-Folge. Aber umso besser. Bisschen was müssen wir natürlich noch in Landschaftsbau machen, habe ich ja schon gesagt. Das wäre es aber erstmal für die heutige Update-Folge. Geil. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Und dann sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Digga, unfassbar geiler Channel. Wirklich. So ein nischiger Channel, aber Views-mäßig so stupid. Bro, so geil. Wirklich, es freut mich richtig, dass so ein Projekt einfach dann so auf jedes Video so diese 300, 400k, 500k Views hat. Bro, übelst geil, Digga. Lebt ein. So. Was soll ich dazu sagen? Ich hab mehr Fans als du. Kann mich eigentlich nicht beklagen. Oh, und fein wieder. Füllst du dir ein? Ohne mich wärm deine Räume. Tja, auf das nächste Video so ein wenig.